diesmal von wildtech ein handwärmer für brennstifte ich habe mir gedacht so was muss ich mir auch mal kaufen ich weiß nicht wofür ich brauche es war halt bei dem händler bei dem ich gerade des öfteren mal einkaufe im sonderangebot ich glaube es ist im sonderangebot gewesen lasst mich mal zwei sekunden gucken keine ahnung wo er ist ja da 3,90 euro hat das gute stück gekostet hier hast du dann gleich eine tasche mit bei gummi zack dann legst du hier den brennstift rein zinsen an dann qualmt er vor sich hin glaube ich dann habe ich hier noch ersatz brennstifte von mildtech bestellt die kosten 20 stück zwei euro und brennen ich weiß nicht was für eine brennbauer die haben jetzt gucken wir mal drauf nicht für kinder nicht im bett oder schlafsack benutzen wenn der handwärmer nicht benutzt wird keinen kohlenstab einigen brennenden handwärmer nicht in der nähe vorher gefälliger stoppe legen ok zack die brennstäbe von mildtech ich liebe mildtech die machen auch schöne tassen und sowas oder so camping equipment und so so macht man das auf na komm raus ich hätte gerne einen von den von den brennstiften da raus gehabt dankeschön dankeschön so hier haben wir einen von den brennstiften soweit ich weiß anzündung reinlegen zumachen und dann wird dann dann ist das ding immer schön kuschelig warm für etliche stunden ich weiß nicht für wie viele stunden aber das ist ja kein problem das können wir einfach mal gucken zwölf stück in der packung ok ich habe mir brennstifte bestellt für meinen handwärmer habe jetzt bin ich ein bisschen verwirrt weil ich habe netterweise andere brennstifte gekriegt von dem händler er hatte scheinbar die nicht mehr auf das ist mir aber auch gerade erst aufgefallen er hatte scheinbar die anderen nicht mehr auf auf lager deswegen hat er mir die dazu gesteckt das ist natürlich mal richtig nice von ihm nicht cool ich hätte eigentlich nur zwölf dabei haben müssen für 1 99 jetzt habe ich für 1 99 20 und von derselben firma wie der handwärmer ist ok nice ich mache den brennstift mal wieder zack raus rein fertig ich könnte den jetzt auch ausprobieren werde ich einfach mal lassen mache ich bei zeiten mal vielleicht mache ich auch ein video davon wenn ich zeit habe zack die rein brennstift so einwand frei so das war das video von dem handwärmer ich werde euch das auf jeden fall unten verlinken wenn ihr bock habt guckt auch mal in meinen anderen videos da habe ich noch eine menge messer und also ein kram und zombie messer und let's plays und unboxings und irgendwelche lautsprecher und allen möglichen shit also ich habe keine spezielle kein spezielles thema wo es sich hier gerade wo was ich auf meinem channel mache es geht alles immer so in zwei drei vier fünf sechs verschiedene richtungen ich wünsche euch noch einen schönen tag bis den anschauen